Also wir haben jetzt Chima Ede live hier und wir haben die Möglichkeit, ihm fünf Fragen zu stellen und damit fangen wir direkt mal an. Also es gab im Vorfeld ein paar Diskrepanzen und du wurdest sogar vom Programm gestrichen. Was war da los? Ich glaube, das war irgendwie eine interne Komplikation zwischen zwei Booking-Agenturen und ich war dann halt im Endeffekt der Leidtragende so, aber ich finde es cool, dass sich irgendwie alles wieder eingerenkt hat und ja, Näheres muss man glaube ich dazu nicht sagen. Ja, da freuen wir uns, dass du da bist. Und du hast ja einen anderen Sound als viele andere Newcomer, du hast viel mehr Message drin und bist nicht wirklich auf diesen Trap-Flow. Was inspiriert dich da? Ich glaube, die Einflüsse sind halt sehr amerikanisch und auch einfach mit der Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe halt viel Nas gehört und ich habe mich halt von Anfang an immer so auf die Texte fokussiert und es ist mir ganz wichtig, irgendwas weiterzugeben und nicht einfach irgendwas stumpfsinniges zu sagen. Direkt darauf, was bedeutet für dich More Real Rap? More Real Rap? Ich finde halt mittlerweile ein bisschen das Wort Real so ein bisschen gestampft, weil jeder das irgendwie, wer ist jetzt Real, wer ist nicht Real. Für mich heißt Real einfach echt sein. Das heißt nicht, dass du jetzt wirklich nur von einer schönen Welt oder nur davon reden musst, um Probleme zu lösen, sondern einfach echt sein und nicht irgendwas vorgeben, was du nicht bist. Groß. Wann kommt denn dann dein Debüt? Wann können wir damit rechnen? Ich glaube Anfang oder Mitte nächstes Jahres kann man damit rechnen und bis dahin könnt ihr euch aber auch gefasst machen. Im August wird auch was Schönes noch kommen. Da freuen wir uns schon drauf. Noch die letzte Frage. Ganz spontan, was ist dein momentaner Lieblingssong? Momentaner Lieblingssong ist, ich glaube, weil ich den gestern im Auto gepumpt hat von Justin Nozuka, Save Me. Oh, okay. Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dank. Das war Shima. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.